Kann ich noch was verbessern? Nein. Arsenal. Noch ein bisschen davon. Ich liebe diese Müllermilchshakes. Die habe ich fast noch nie gespielt. Mit ihr ist es komplett blind. Oh Gott. Nein. Bitte nicht auch. Der ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Kriege ich hier auch diesen Apfen als Gegner? War cool! Das ist keine Tür. Das ist auch dummer Raum. Aber nur für Waffen. Ah ja, hier geht's rein, okay. Ein Blue Orb, ich hab mehr Leben, jaaa! Was wollt ihr denn? Oh jaaaaaa! Oh jaaaaaa! Boom. Ah! So! So, stirbt ihr irgendwas. So, stirbt ihr irgendwas. So, stirbt ihr irgendwas. So, kann ich jetzt hier weiter. Danke. Oh, Kamera, please. So, böse. What? What? Ja, hier war ich glaube schon mal. Oder? Kann ich das Schild lesen? Wie? Oh, ich weiß schon, wo ich hin muss. Da will ich aber noch nicht hin. Ähm. Jetzt hier wär's schönes. Garage. Nein. Okay, gehen wir da rein. Sieht ja so einladen aus. Äh. Nein. Es ist Tentakel. Vieh. Okay. Hey Brody. Wir kennen uns schon. Okay, ich muss Tentakel töten. Ich weiß nicht. Ja. Gut. Wie? 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 Tretas! Tretas! Na komm schon! Mann, der schützt dich viel zu schnell wieder ab! Ich bin natürlich sofort wieder auf diese verdammten Scheiß-Tentakel! Hör auf dich mit deinen Tentakeln zu schützen! Oh Gott! Ihr seid so lästig! Stirb! Du Tentakling ist etwas! So, können wir da runter? Nein! Warum habe ich den getötet eigentlich noch? Ah doch! Wir können doch nicht! Nur um hier weiterzukommen wahrscheinlich! Ah! Okay! Gut so! Gut so! Gut so! Gut so! Gut! 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 Ich weiß nicht, wie Lucia gefangen genommen wird von diesem... Alter. Warum war mein Internet... Ah! Ah! Lass das! Warum ist mein Internet-Rip? Was war das denn? Oh Gott! Er schreckt mich doch nicht so. Liz, danke für den Host! Ja, rote Haare! Ich dachte, ich spiele mal Lucia weiter. Ist mal was anderes als Dante. Und Heikela! Oh mein Gott, was bist du denn? Oh nein, das ist der Oranguera! Nein, den hasse ich! Oh Gott! Was ist das? Hier, nimm! Ja, ich spiele mit dir. Okay, irgendwie war das jetzt einfach. Ich glaube... ... Was? Warum ist mein Internet gerade so scheißes... KBS stürzt nie ständig ab, lol. Internet mag ich nicht. Risky, schlafen ist schon spät. Ich glaube, dein Hirn will nicht mehr. Was wollt ihr ekligen Spinnenviecher von mir? So, ich will doch nur das da. Ja, ich hab's erwischt! Leckt bei euch der Stream eigentlich? Weil bei mir sehe ich immer ständig, dass er in den roten Bereich wandert. Das ist doch Samstag! Nein! Ih! Kuschel mich nicht! Nein! Mag ich nicht! Hier, frisst das! Und das! Krass! So, kann ich das jetzt nehmen? Oh! Ja, wusste ich's doch. Ist irgendwas im Hintergrund, was das hier... Ich guck mal nach... Ja, ich hab viel zu viele Dinger hier offen. Schließe ich mal ein paar, vielleicht geht's da besser. Nein! Das weg, das weg, das weg, das weg... Das weg... So... Also, bitte! Bitte benimmt euch! Ganz besonders du, Selina! Ja, genau, Killer. Ein bisschen Niveau muss schon sein. Haha! So, wo muss ich ihn ja eigentlich lang? Hier geht's doch nicht weiter. Ich hab nur einen Teil aufgesammelt und das war ja nur... Irgendwas. Nichts Nützliches. Also bitte, Killer. Haha, haha, haha. Haha! He, haha, haha. wegen euch bin ich hier schon ganz verwirrt ah da geht's runter yeah ich hab den Eingang gefunden oh nein die Panzer schon wieder Panzer Panzer ich begrüße sie nee das ist die Frau Lucia damals bei Devil May Cry alter bei Devil May Cry 2 gab es ja zwei CDs und da spielt man halt auch zwei Charaktere oh Gott Tank geht down ach komm damit geht's schneller vielleicht muss ich vor ihm stehen dann geht's noch besser jetzt stirbt doch ja damals waren die Spiele so so enorm groß dass eine CD nicht ausreicht so so Amen.